Im Hauptquartier des Führers sprach der Oberkommandierende des Heeres am 15. März 1946 über die jüngsten Erfolge der deutschen Armee. Voller Zuversicht, dass der Endsieg in nur wenigen Jahren zu erreichen sei, sprach er dem großen Fortschritt der deutschen Waffentechnologie unter der Führung von General Wilhelm Strasse einen großen Anteil an... Ich hoffe, dass du nicht den Wettbewerb auf dem Wettbewerb, Agent Blazkowicz? Ich habe ziemlich soliden Wettbewerb, Agent One. Na gut, wir verlieren die Worte. Niemand hat mir gesagt. Die HQ hat eine feste Lid auf dem Wettbewerb. General Deathset ist verabschiedetend, in einem secreten Strasse einen Liebtenanten, Helgobon Scherz, ist in der Beschreibung des Wettbewerbs. Die Papiere bitte. Hier. You and me, Blazkowicz. We're a good team. We can do this. Okay, look. You're German? Frankly, it's atrocious. So no talking. And keep your gun holsted for as long as you can. The papers Kessel prepared for you are in the glove box. There. Okay. Let's go. And remember, stay focused, stay quiet, and follow me. Right? Commandant Franz aus Frankfurt. Guten Morgen. Guten Morgen. Fuck it. Okay. Wer macht Hundefutter aus dir, wenn er dich so sieht? Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen? Entschuldigung, Onkel. Nenn mich nicht so. Entschuldigung. Zeigen Sie Ihre Papiere. Hier. Bitte sehr. Alles klar. Guten Morgen, Herr Jäger. Was gibt's, Greta? Die Papiere bitte. Augenblick, warten Sie. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja. Ja, äh, ein Hotdog. So ein komischer Kreuz. Die spinnen die Amis Hotdog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Was? Kreuz! Bei Fuß. Hotdog! Reckon I had to say something. Das war Rudi Jäger, Helga's second in command. Ich höre, er schützt seine Tiere mit prisoners aus dem Kastel. Guten Morgen! Morgen. Helga von Scharps. What a nasty piece of work. Handpicked by Deathshead himself as a key member of the SS Paranormal Division. You know, I had the misfortune of encountering her on a mission to Tanzanica. Did I ever tell you about that, Blazkowicz? I was sick with Blackwater fever at the time. Possibly the worst day of my life. Not even a heavy diet of whiskey could improve my condition, if you can imagine. Anyway, this castle, Helga owns it. It's her occult research center. Now, we need to take down Deathshead or the war will be lost. And Helga is vital in doing this. There's a top secret document folder in Helga's office. It should give us the location of Deathshead's compound. Once we have that, well then, we can launch an assault on his base of operations. Shoot him dead. Turn this failure of a war around, and be back just in time for tea. Right. Off you go. I'll disable the alarm. You head for Helga's research center. We'll stay in touch via radio. Leaving the channel open. See you next time. Okay, inside the elevator. Uh, roger that. Guards spotted. Going in for the kill. Shh, 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 shh. There you go now. Sleep tight. What's something? Ah! 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 Ah!